Ich habe bei einem Wettbewerb mitgemacht, bei dem die Deutsche Post der Veranstalter war. Und das ist mein Design gewesen. Die Aufgabe war zum Thema Demokratie eine Briefmarke zu designen. Daher mehr als 8000 Leute mitgemacht haben, hat es wahrscheinlich sehr viele schöne Designs gegeben. Und ich bin leider nicht, ich habe leider nicht gewonnen oder so etwas. Aber ich habe ein voll liebes Geschenk von denen bekommen. Das war nämlich so ein kleines Heftel, wo erstens mal alles schaut voll schön aus, voll schöne Seiten und so. Und da sind auf manchen Seiten so ganz liebe Sprüche gestanden. Und das finde ich einfach mega süß. Also da vorne steht noch, sei du selbst voll lieb. Und ja, dann habe ich auch noch einen Stift bekommen.